Man muss in die Scheiße gegriffen haben, um zu wissen, wie sie riecht. Rilliger Journalismus im Dschungel des Ruhrpots. Eintauchen, Abtauchen, Auftauchen. Eine Mischung aus Hunter S. Thompsons Gonzo-Style, Bukowskis stinkender Alkfarbe, verfeinert mit einer Präse von Vailraffs unvergleichlicher Selbstironie. Cheers! Und? Bereit für Berlin? Was? Die Frage ist, ist Berlin bereit für uns? Berlin.